So, hallo Leute, willkommen in meinem Ernest im Wunderland Kanal und ich werde heute die Schokoladen-Challenge machen. Also werde ich vielleicht eine Weihnachtsschokolade probieren. Und ich fange jetzt mit dem ersten an, und zwar von der Marke Kinder. Und das ist dunkle Schokolade. Dunkel? Dunkel. So, ich probiere mal. Nein. Das schmeckt sehr gut. Dann mache ich weiter. Danke. Mit einem Weihnachtsmann. Mit Spekulatius. Ich mag's. Da bin ich jetzt gespannt. Wow. Sehr hart, aber sehr lecker. Dann als nächstes mit einem Milchkopf. Nein, lass mal. So, machen wir mal den. So. Mmh. Schmeckt auch gut. Ich mag gern Milchkopf. Und noch ein Milchkopf-Weihnachtsmann. Mit einer anderen Farbe. Brummeln wir mal den auf. Ah. Mama. Das ist mein. Da. Ach, das ist meine. Oh, Bomm. Mmh. Der ist auch lecker. Dann noch das Letzte und zwar als Schneemann wieder von mir. Schmeckt sehr gut. Tschüss!